Telefon marketing kann man nur on the job erlernen. Wenn das hier der Lukas ist. Wo stehen sie da? Haben sie Schulden? Der ist ihr. Die Muttis hier. Diese Schnulli-Bulli-Welt. Diese heile Mutti-Welt. Diese Zuverdienerinnen-Gesellschaft. Aber das geht nicht. Ich meine, du warst mal eine sehr begabte Frau. Aber das ist immerhin zehn Jahre her. Wenn Sie sich nicht für Ihr Leben interessieren, wer soll's denn sonst tun? Ich bin ein Experte in der Krise. Ich kann dir helfen. Du trinkst jetzt mal dein Glas aus. Ich zieh' bis drei. Eins, zwei, drei. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.